Der Prolog von Urit vom 5. August Gedenken Der heilige Märtyrer Epsignius diente als Soldat unter Kaiser Maximian, Kaiser Konstantin dem Großen und unter Konstantins Söhnen. Er war zugegen beim Arterium des heiligen Märtyrers Vassilis Koss, Gedenken am 22. Mai. Er sah Miradien von Engeln und den Herrn selbst, der die Seele dieses heiligen Märtyrers von den Engeln entgegennahm. Epsignius kämpfte unter Kaiser Konstantin und sah das Kreuz, das im Kaiser erschien. Er diente volle 60 Jahre in der Armee und unter der Herrschaft der Söhne Konstantin trat er vom Militärdienst in den Ruhestand ein und ließ sich an Tiocha nieder, seinem Geburtsort. Dort lebte er ein gottgefälliges Leben in Fasten, Gebet und guten Werken. In der Zeit Julians des Apostaten stritten zwei Männer auf der Straße und baten ihn, ihr Richter zu sein. Er ließ demjenigen, der im Recht war, Gerechtigkeit widerfahren, worüber der andere, der im Unrecht war, zornig wurde, zum Kaiser ging und Epsignius dafür anklagte, Christ zu sein. Der Kaiser befahl Epsignius an den Hof, doch dieser klagte den Kaiser heftig für seine Apostasie vom Glauben an und tadelte ihn anhand des leuchtenden Beispiels des Kaisers Konstantin des Großen. Der erboste Julien befahl, ihn zu enthaupten. Epsignius erlitt das Materium im hohen Alter im Jahr 362 und nahm Wohnung im Reich des Himmels. Der heilige Herr Märtyrer Fabian, Papst von Rom Fabian war von Geburt Römer. Zuerst war er ein Dorfpriester und danach wurde er zum Papst gewählt, als sich während der Wahl zu einem neuen Papst eine weiße Taube auf ihn niedersenkte. Fabian war sanftmütig und freundlich. Mit großem Fleiß sammelte er die Leiber der heiligen Märtyrer und begrub sie ehrenvoll und baute Kirchen über ihren Gräbern. Auf dieselbe Weise errichtete er Grabmale und Kapellen in den Höhlen, in denen sich die Märtyrer während der Zeit der schweren Verfolgung erb verbargen. Er taufte Kaiser Philippus und seinen Sohn Philippus, den Thronerben, und zerstörte mit Hilfe des getauften Senatus Pontius viele Götzenstatuen und Götzentempel. Als der ruchlose Dezius zum Kaiser gekrönt wurde, begann eine schreckliche Zeit der Christenverfolgungen, während der der heilige Fabian das Materium erlitt und im Jahr 250 enthauptet wurde. Dieser heilige Fabian richtete einen Brauch ein, das heilige Miron am heiligen und großen Donnerstag zu weihen. Der heilige Märtyrer Pontius, der Senator, war der Sohn des Senators Markus und seiner Frau Julia. Die unfruchtbare Julia empfing nach 22 Ehejahren und gebar Pontius. Er wurde zusammen mit seinem Freund und späteren Biografen Valerius von Papst Pontian getauft. Und es gelang ihm, sein Vater Markus, den Kaiser Philippus und dessen Sohn und viele andere angesehene Römer zum christlichen Glauben zu bekehren. Als Senator bot er der Kirche großen Schutz und Hilfe. Er war ein guter Freund von Papst Fabian. Als die Verfolgung unter Dezius begann, floh Pontius aus Rom und verbarg sich am Fuß der Alpen. Chimela, Chimetz, Frankreich Während der Herrschaft von Valerian und Galiena wurde er gefangen genommen und schweren Matern unterworfen, während derer sich viele göttliche Wunde ereigneten und viele zu Christus bekehrt wurden. Es gab dort viele Hebräer, die zum Richter schrien, Töte ihn, töte ihn sofort, diesen Zauberer. Daraufhin erhob der heilige Pontius seine Hände zu ihm und sagte, Ich danke dir, meinem Gott, dass die Hebräer gegen mich schreien, wie ihre Väter einsmals gegen Christus schrien. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pontius wurde im Jahr 257 enthauptet und für seinen Freund Valerius begraben. Die heilige Nonna war die Mutter des heiligen Gregor des Theologen. Als Christner verfügte sie über ein kraftvolles und wunderwirkendes Gebet. Durch ihr Gebet zu Gott bekehrte sie ihren Ehemann aus heidnischer Dumfheit zum christlichen Glauben. Der Gemahl wurde später Bischof in der Stadt Nazians. Durch das Gebet rettete Nonna ihren Sohn Gregor den Theologen aus einem Sturm. Sie entschlief in Frieden als Diakonen im Jahr 374. Lobeshymne Der heilige Märtyrer Pontius Pontius ging des Weges mit seinem Gefährten Valerius. Doch sein Herz war von Kummer erfüllt. Sein Vater ein Senator, seine Mutter, eine Senatoren. Doch ein schwieriges Rätsel quälte seine Seele. Alle weltliche Weisheit schien ihm als Fabel. Wo aber ist die Wahrheit? Nach der Wahrheit fragte er. So gingen beide in Gedanken vertieft. Zur Abendzeit kamen sie an einer christlichen Kirche vorbei. Sie gingen hinein und sahen ein Leuchten. Sahen ein Leuchten und hörten Gesang. Aus Silber und Gold sind die Götter der Heiden. Und Augen haben sie, doch blind wie Stamm sind sie. Und Ohren haben sie, doch taub wie Fels sind sie. Und Münder haben sie, doch sie sind stumm. Schwächer sind sie als die Schwachen, die sie schufen. Deshalb werden ihre Schöpfer so sein wie sie. Und all jene auch, die sich vor ihnen niederwerfen und töricht auf leblose Dinge hoffen. Zwei kummervolle junge Männer, zwei Sklaven der Götzen. Hörten diese Worte, beide erbebten. Dann nahten sie sich dem Bildnis Christi, offenbarten dem ehrwürdigen Priester ihre Herzen. Welches der wahre Glaube ist, da sagte ihnen der Priester. Und, was Götzendin ist, leer und blutig. Die Kirche betraten sie, die beiden jungen Adlingen, bekannt und geachtet in ganz Rom. Die Kirche betraten sie, traurig und kummervoll. Die Kirche verließen sie, leuchtend und freudig. Betrachtung Valerian beginnt die Lebensbeschreibung seines Freundes Pontius folgendermaßen. Wer kann glauben, wenn Gott dies nicht gibt? Wer kann das geistliche Werk beginnen, wenn Gott nicht hilft? Wer kann den Kranz Materiums empfangen, wenn Gott ihn nicht schenkt? Gott will und kann alles vollbringen, was für die Rettung der Menschen notwendig ist. Doch nur, wenn Menschen ihn darum bitten. Durch ihre Gebete brachte die heilige Nonna ihren Gemahl und ihren Sohn Gregor den Theologen zum christlichen Glauben. Durch ihre Gebete brachte Monika Augustinus von einem sinnlosen Leben auf den Pfad der Tugend und des Glaubens. Durch seine Gebete brachte der heilige Passilius seinen Lehrer Evulius zu Christus. Durch das Gebet verlängerte König Hiskia sein Leben um 15 Jahre. Durch sein Gebet ließ der heilige Simeon der Stilid die Perser und Skiten sich zurückwenden, sodass sie mit ihren schon bereitgestellten Heeren keinen Angriff auf Griechenland ausführten. Überdies könnte man eher alle Sterne im Himmel sehen, als die Wunder, die in der Welt durch Gebete geschehen sind. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die wundesame Kraft Samsons. Richter 14 Wie der Geist des Herrn über ihn kam und er einen Löwen mit seinen Händen in Stücke riss und die Stricke zerriss, mit denen man ihn fesselte und viele Philister tötete. Wie ihn der Geist des Herrn verließ, als das Geheimnis seiner Stärke seiner heidnischen Frau anvertraute und wie er daraufhin getötet wurde. Homilie Wie Gott reue Gesünder läutert Wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Wären sie rot wie Purpur, sie sollen weiß werden wie Wolle. Jesaja 1, Vers 18 Oh, wie grenzenlos ist die Barmherzigkeit Gottes! In seinem heftigsten Zorn gegen das ungläubige und undankbare Volk, gegen das Volk in Gesetzlosigkeit versunken, die Brut der Verfehlung, die Söhne des Verderbens. Jesaja 1, Vers 4 Gegen die Herrscher, die wie die Männer von Sodom geworden sind und ein Volk, das wie das Volk von Gomorra geworden ist. Jesaja 1, Vers 10 In solchen Zorn lässt Gott doch nicht von seinen Barbarmen ab, sondern ruft zur Reihe auf, wie er nach einem schrecklichen Gewitter sanften Regen gibt. So ist der Herr langmütig und von großer Barmherzigkeit und er bewahrt seinen Zorn nicht auf ewig. Psalm 103, Vers 9 Wenn Sünder damit aufhören, Böse zu tun und lernen, Gutes zu vollbringen und mit unserem Herrn in Demut und Reuen kommen, werden sie weiß wie Schnee. Der Herr ist bereit und fähig, dies zu vollbringen. Keiner als er kann die menschliche Seele von der Sünde reinigen und sie gereinigt weiß machen. Wie oft man auch Leinen in Wasser mit Asche und Seif wäscht, es wird erst dann weiß, wenn man es in der Sonne ausbreitet. Und auch unsere Seelen können nicht weiß werden, wie häufig wir sie auch durch unsere eigenen Anstrengungen mit Hilfe von Topfkratzen und Bleichern reinigen mögen, solange sie nicht vor Gottes Füße gebracht und dort ausgebreitet und geöffnet werden, damit Gottes Licht sie erleuchtet und weiß macht. Der Herr begrüßt und lobt alle unsere Bemühungen. Er wünscht, dass wir unsere Seelen in Tränen waschen, wie mit Reue auswirken, sie mit der Zerknirschung des Gewissens ausdrücken und in gute Werke kleiden. Doch dann, nach all diesen, ruft er uns auf, zu ihm zu kommen. Kommt her, wir wollen sehen, wer von uns Recht hat, spricht der Herr. Gesaja 1, Vers 18 Das bedeutet, ich werde auf euch schauen und sehen, ob ihr mich in euch habt. Und ihr werdet auf mich wie in einem Spiegel schauen und sehen, was ihr seid. O Herr, der du langsam im Zorn bist, schau barmherzig auf uns von jener Stunde des Torns beim furchtbaren Gericht. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin. Amin. Amin.